So, was machen wir jetzt als nächstes? Wir haben auf der Karte Pierce und Mr. Pearson und Abigail. Natürlich gehen wir zu Abigail. Frauenmissionen sind mir lieber. Im wahren Leben mache ich auch lieber, was Frauen von mir wollen. Da höre ich eher drauf als bei Männern. Pure Eigennutz? Ich weiß es nicht. Ich würde es nicht so behaupten. Aber man munkelt. Man muss ja auch ein bisschen gucken, wo man bleibt. Muss mal ganz platt zu sagen. Hey, Arthur. Was ist passiert? Jose und John schauen Sie sich für Sie. Sie fuhr nach der Moonshine-Stache und sagten, Sie wussten, wo das war. Sie planenten eine Besuchung zum Breithwaite. Aber John braucht etwas für Deutsch. Also Jose will Sie sich für ihn anwenden. Es scheint, es wird viel zu sein. Du sagst mir das. Okay, danke. Ja, super. Ich dachte, ich kann ihr was Tolles tun. Nee, dann gehen wir jetzt noch zu Mr. Pierce. Dann haben wir wenigstens die Fragestellungen hier aus dem Lager weg. Oh, say whatever you damn well please, but I tell you, if I don't get out of here soon, I'm gonna kill somebody. And if you don't stop hissing at me, I'm gonna kill you. You come near me, sailor, and I'll slice you up. You put that knife down, or you're gonna be missing a hand, lady. What is wrong with you two? I ain't chopping vegetables for a living. Oh, I'm sorry, madam. Was there insufficient feathers in your pillow? I ain't lazy, Mr. Morgan. I'll work, but not this. Well, I ain't cooking work? My husband and I, we shared the work. All of it. I was out in the fields. I can hunt, carry a knife, or use a gun. But I tell you, you keep me here, I'll skin this fat old coot and serve him for dinner. What's your damn mouth, you crazy goddamn fishwife? Enough, both of you. Well, come with me, then. You wanna head out there? Run with the man? So be it. But we do more than just hunting. We're hunting. And them things hunting us, so they got guns of their own. I ain't afraid of dying. Good. You need anything, Mr. Pearson? Maybe me and Mrs. Zad are gonna take a little ride. Yeah, sure. Here's my list, and can you post this letter for me while you're there? Sure. Come on, Princess. Are you coming with me then, woman? So I've graduated from chopping vegetables to shopping? Shut your goddamn mouth. Ja, früher konnte man mit den Frauen noch so reden. Wenn du heute mit denen redest, kriegst du direkt eine Anzeige. Ich reite hier zum. What the hell? I guess. I ain't no scull yet, and I sure as hell ain't taking orders from that sweat and halfwit. I guess we all gotta do our share, Princess. Where's the letter? You reading his mail now? Oh, Robin and Killen's okay, but letter reading's where we draw the line. Oh, Robin and Killen's okay, so I'm going to go to the Lord above that your health has not deteriorated further. Blah, blah, blah. It's boring. Oh! Wait a sec. Listen to this. Since we last corresponded, I have traveled widely, making no small name for myself. Before you ask, I am still yet to take a wife, but I can assure you it's not for a lack of suitors. He ever actually even talked to a woman he ain't paid for? Oh, love. We're all hiding behind something. Now, what's this? Return to Tacitus Kilgore. Oh, that. Now, that's Dutch's idea. All males set for the same aliens. Whatever we set up somewhere new, Strauss, he heads into town. Tells them to start expecting mail from a Tacitus Kilgore or whatever they changed it to. Here, give me that bag. We got work to do. Okay, here we are. So, what's the plan? I shoot the shopkeeper? Well, you know, you insane. I thought we were outlaws. Outlaws. Not idiots. We rob fools or rob other people. These people are just trying to get by. So, you head on in there and you buy some food to eat. No guns. You're sure? This time, there'll be time for killing soon enough. What are you doing? I'm gonna go check the mail. Nothing exciting. Okay. Auch zur Post. Oh, ich bin noch ziemlich angeschlagen. Ich brauche was. Ah, schön. Ach, jetzt konnte ich gar nicht die Tür einrennen. Erstmal gucken, ob ein Kopfgeld wieder da ist. Boah. Okay, keine Probleme. Danke. Bye, jetzt. Gut. Das war ja einfach. Aber wahrscheinlich hat Mrs. Adler jetzt irgendeinen Scheiß gebaut. Ich könnte drauf wetten. Hat sich ein bisschen umgezogen, oder? Danke. Hier. Take that for yourself, okay? Danke. Wir geben es dann zurück, dann. Jesus. Ich habe nicht gefragt, für seine verdammt Hilfe. Okay. Geh auf. Ich bin jetzt fertig. Okay. Wenn die jetzt fährt, dauert das bestimmt ewig. Um, new clothes, I see. Na ja, mein Haus und alles, was ich habe, wurde auf dem Boden geblieben. Ich weiß. Ich bin echt entschuldig, über was du... du weißt. Vielleicht werde ich mich für einen anderen halten. Ich habe keine Angst, nur... Ich habe mich gleich und weiß, dass niemand mehr von mir von mir immer wieder genommen hat. Mhm. Nur nicht die Camp Cook, bitte. Hey, da! Hey. Was, äh... Was sind die Leute gekommen? Ich bin nach Hause. Du bist in der Le Moin-Raider-Country. Keep it cool, sieg. Du musst es bezahlen, um hier zu gehen. Nein, ich glaube nicht so. Du glaube nicht so? Ja, war doch klar. Ja, war doch klar. Du denkst, dass du Benni um Rikksi gerätst. Oh, shut up! Ich werde das blödener Gewehr studieren. Na, du willst du Committee sehen, Frau Dablis? Ich habe dichquiera gesehen, Frau Dablis. Ich habe ihn gemerkt. Na, Sie sind ein Ding? Körse! Anfeuerung von Spoons! I got to shoot you out there! Dammit! I wanted you to gun it, didn't I? I don't remember asking you to prove it. I don't remember asking you to prove it. I ain't gonna put you down. Only one fan a goddamn totus, you son of a bitch! Es war so klar, dass da irgendwas passiert. Ja. Sie werden die Wäggen! Ich hoffe, es nicht jemanden zu bringen. Du sagst ihn, Dutch? Vielleicht, wenn er fragt. Aber vielleicht nicht. Wer haben sie gesagt, sie waren? Le Moyen Breiters? Ja. Ich habe sie ein paar Mal in den Kommen. Einige Kumpel-Gang, die nicht aussehen, haben sie zu spielen. Sie sind Soldaten. Insofern. Wie kannst du aufstehen und schreien über diese Lieder? Wie schreitst du dich? Ich würde es nicht träumen. Ich habe viel zu reisen. Ich mache keinen kleinen Namen für mich. Ich hoffe, dass ich dir keine E-Mail geben werde. Es ist sicher. Du hast dich dann nicht getötet, Frau Adler. Nicht ganz. Ich würde es sagen, dass ich deine Refin-Gang-Gang habe. Aber ich würde es schreien. Ich habe mich dabei gefühlt. Ja, Frau Adler hat es gut gemacht. Das ist es zu kaufen? Ja, das ist zu kaufen. Danke, Herr Morgan. Ich würde es mit Ihnen wiederholen, Frau Adler. Wenn Sie mit mir fahren. Vielleicht. Wenn Sie proveen, dass Sie sich selbst behandeln können. Sie sagen, ich brauche Finesse. Aber ich bin nicht Angst, dass die Refin-Gang-Smoke. Wir haben das, Arthur. Du hast mir bereits ein großes Favorit gemacht. Okay, Frau High-and-Mighty. Und... schöne Pflanzen, übrigens. Oh, shut up. Gut. Das hätten wir... Bill. Auch in der Nähe. Dann gucken wir mal, was Bill hat. Alle anderen, lass mich in Ruhe. Ja, bin ja schon unterwegs. Das war nicht so gut. Das war nicht meine Schuld. Es war nur eine von ihnen. Wie kann man, wenn ich in Ruhe bin, bin ich ein verdammt und ein verdammt? Aber wenn Sie in Ruhe sind, es war nur eine von ihnen. Das ist ein guter Punkt, Arthur. Sehr guter Punkt. Okay, was ihr alle wollen, ich zu tun? Schrauben die Bank mit uns. Du wirklich glaubst, es ist wert, zurück zu gehen? Die vier von uns können die Bank einfach schrauben. Aber ich weiß nicht, dass ich dich nicht sagen kann. Es wird eine Verwaltung, wenn wir uns schrauben. Und wenn wir wirklich? Nein. Es ist nur die Leute, die sich in Ruhe befinden, und in die Verwaltung zu gehen. Was bedeutet das? Wenn wir in schnell und ruhig, dann können wir es einfach gut machen. Wenn es vier von uns gibt, ich meine. Und ihr glaubst, dass es das Risiko wert ist? Es ist ein Bank, Arthur. Also? Ist die Bank gut? According zu den Kollegen, ich habe gesehen, ja. Es ist der Ende der Verhandlungen, viel Geld, und viel Leute zu tun. Das ist klar. Das ist der Mann. Der Mann. Der Mann. Der Mann. Ich glaube, er hat einen Mann. Er ist tot. 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 Dann geht's da weg und holen. Wir haben sie viel Geld. Okay. Gentlemen, wir müssen uns einen Bank brennen. Was ist der Plan? Wir werden uns die Karin in vor. Als eine Verwaltung. Dann werden wir in die Nachbarn. Ein kleiner Bank in einer kleinen Stadt. Naja. Naja. Warum können die nicht einfach mal die Beine stillhalten? Ja, die Füße heißt das, ne? Nicht Beine, Füße. Warum können die nicht einfach mal die Füße stillhalten? Die sollen doch keinen Ärger machen. Tell me again about this bag. Can't go wrong, plan of yours? Oh, it can go wrong. Anything can. Once the shooting starts. Well, that's reassuring. Like I said. We'll see how it looks. If we can get in alright. We'll send Miss Jones a head to the bank. They won't recognize her. I'll show you boys how it's done. What are you thinking this time? I don't know. Fellers always like the lost little girl. But nobody plays a drunken harlot quite like me. These should work. Once he's got them distracted, we'll move in. When I was scouting the place the other day, there was only a couple of guards. We deal with them and any customers who are feeling brave. And you always fancy yourself as the vault man, right Arthur? Now I see why you brought me. Hey, I'm more than willing. Nah, best I do it. Oh, and did Dutch tell you I've also been cooking up some deals with them gray boys? What? No. What kind of deals? See, you don't realize Morgan. I'm out there putting in the work same as you. I've been drinking with them a couple of times now. Seems they're looking for some extra security. Yeah, I'm sure they are. Could be something in it for us. Well, just be smart about it. We got a lot of iron from that fire right now. Yes, I know, Morgan. Das wird sowieso wieder in die Hose gehen. Bis jetzt ist noch keine Mission wirklich gut gelaufen. Boah, wie weit muss man denn noch reiten? Also wir sind auf jeden Fall nicht in Rhodes in der Bank. Habe ich da irgendwas überlesen? Gehen wir in eine andere Stadt? Boah, und vor allem, weil das ist wieder so ein langer Ritt und es gibt... Die unterhalten sich jetzt einfach nicht mehr. Obwohl ich schon die ganze Zeit Vollgas gebe, so schnell wie es geht. Ich bin die ganze Zeit den A-Knopf am drücken, wie blöde. Das ist das Problem, wenn man die Open World zu groß macht, glaube ich. Und da macht auch die Musik und die tolle Kinokamera macht es auch nicht besser. Die macht es auch nicht spannender. Aber da hinten... Sind wir da hinten dann da? Boah, ich mach mal die Kinokamera aus. Ah ne, ich muss dem folgen. Scheiße. Das hätte ich mal versucht, eine Abkürzung zu nehmen. Aber der zeigt uns ja kein Ziel an. Er sagt nur, wir sollen dem weiter folgen. Boah, die Musik hält es nicht spannender. Ja. Ah, endlich. Endlich. 하지? Okay. Ach so, zurück in Valentine. Ne? So, Valentine. Dann habe ich das überlesen, dass wir dahin zurückgehen. Könnte natürlich jetzt interessant werden. Warum muss die eigentlich vorgehen und irgendwas machen, wenn wir sowieso direkt hinter ihr sind? Macht eigentlich gar keinen Sinn, oder? Äh, wo aber? Okay, we're going? Oh, hold on. Wait till she's gotten real down. You don't know me. I'm stuck up in here. Not so goddamn stuck up last night. Oh, sorry. I've never seen this woman in my life. Get your goddamn hands up! This is a goddamn robbery! Nobody move! Don't hurt us! Nobody move! Don't make us hurt you! Here! Unlock the door! Komm, mach die Tür auf, Junge. Okay, the door is unlocked. Wo? What are you waiting for? Da. Oh. Open the goddamn vault! Open it! Too goddamn slow! How's it looking? Are you in? Nearly. This son of a bitch needs to get a move on! Okay. Okay. Come on. Son of a bitch! Hurry up! Will er mich verarschen? Will er mich verarschen? I'm in! Someone come make sure the chute behaves himself in here. Come here. Open the lockboxes now! Tresor sprengen, natürlich. Okay. We gotta move before they blow. Oh. The law will be all over us. Now, you shut the hell up and be still! Use his lair. Na los! Oder bin ich noch zu nah dran? Und deswegen geht der nicht lieber. Na doch. So. Plündern. Me too. Boys! She just moves us along! How are you getting on? Going as fast as I can. I'll go check the front. Hätte ich mal direkt überall Dynamit angebracht. Ja, mal eben schnell weg. Ich möchte nicht da sein, wenn es explodiert. Dann mache ich das lieber langsam und auch nur mal sicher. Dann noch Dynamit anbringen. Na ja, erstmal plündern. Hä? Hä? Warum ist die 2 noch zu? Hä? Warum ist die 2 noch zu? Na ja, vielleicht. Vielleicht ist das nicht genug. Na ja, ich bin bereit. Ich bin bereit, um rauszukommen von hierher, wenn du dich bist. Gentlemen, hurry! Wir sehen uns ein paar Beispiele haben. Entschuldigung, Partner. Ah. Ah Mann! Oh, das arme Pferd. Nein, ich wollte... Ich bin doch schon auf dem Rückweg gewesen, Mann. Ich bin doch schon rückwärts gelaufen. Drei Kopfschüsse, Leute. Ne, vier so lange, oder? Ey. Warum habe ich denn nicht mehr die Doppelpistolen? Doppelpistolen. Ja, ich muss jetzt erstmal was essen. Doppel! Doppel! Wollt, auf. Bord auf. Bord auf. Doppel. Komm, wir kaufen. Doppel! Doppel! Boah, ich muss erst mal Munition von denen einsammeln. Dann muss ich den kleinen Umweg in den Kauk nehmen. Meine Munition ist nämlich langsam alle. Ah. Boah, wo reitet die denn hin, Alter? Oh, man, I'm ready for more breaking. God damn it, there's more of them. Oh. Ah, you see any more of them? Oh, man. Ah. Look out. Ah. 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 they're still coming come on so, Gewehrmunition fast alle I think we lost thank you gentlemen that was stupid and dangerous thank you we're alive and we're paid I don't see the problem this is a very good take that you'll be happy even if it did come with a heap of trouble it was fun maybe you're right now go on get out of here I have some other business to attend don't head directly back to camp and make sure you ain't followed mhm, wie Mrs. Downs begib dich zur Downs Ranch was denn da das war's mal wieder mit dem Video wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram und das ist alles kostenlos und das ist alles kostenlos